Ich hatte kürzlich ein, äh, ja, ein Erlebnis mit einer Frau, ein Date. Gott, war das eine blöde Kuh. Dieses Lied heißt trotzdem Eiskalte Leidenschaft. Mein Gott, was bin ich aufgeregt, der Tag ist endlich da. Das erste Date mit ihr, ich lud sie ins Venezia. Eisdiele war ihr wohl nicht recht, sie gab sich sehr pikiert und war die ganze Zeit zu mir äußerst distanziert. Sie glotzte mich recht dämlich an durch die Designerbrille. Mir war's egal, bestellte Schokolade, sie Vanille. Ich schlang das Eis hinunter, merkte, etwas war nicht recht. Scheiße Salmonellen, dachte ich, mir wurde plötzlich schlecht. Ich hab sie komplett vollgekotzt, es hat nicht schön gerochen. Doch eins hab ich erreicht, das Eis, es war gebrochen. Ja, so, komm mal jetzt auf, äh, komm mal machen. Passiert zwischendurch.